Musik Hallo Camping! Und willkommen in Pineda del Mar Pineda del Mar Wir sind hier am Campingplatz Belsol, jetzt schon die zweite Woche, es liegt so etwa 50 Kilometer östlich von Barcelona. Wir waren letzte Wochenende auch schon einmal in Barcelona, wunderschön mit den Skates, war ganz toll. Dommersdag ist der letzte Countdown für unsere Überfahrt nach Mallorca. Wir genießen jetzt noch ein paar Tage hier am Strand, das Wetter ist wirklich ganz wunderbar die letzten Tage. Optimales Badewetter, du kannst ja nicht kaum glauben, so kurz vor Weihnachten war ich schon. Ja, macht Spaß soweit, die Wellen sind heute etwas weniger, das Wasser ist wunderbar klar, es lässt sich aushalten. Ciao, ciao!